Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Video auf meinem Kanal. Ja Leute, das Video wird auch wieder ein kurzes Video wie das Vorgängervideo. Ich möchte mich einfach nochmal ganz ganz herzlich bedanken für die 2K auf Instagram. Habe ich mal gedacht, ja fahren wir mal ein bisschen auf dem Hof in Stabenbach rum her. Ja Leute, das muss man sich mal ein bisschen zergehen lassen. 3K, also ehrlich gesagt 3000 Follower auf Instagram. Ja, hätte ich nie gedacht, dass der, dass mein Instagram mal so groß wird. So populär vor allem auch, dass der Content auch so gefeiert wird, was es da gibt. Ja, darum sind wir uns gerade mal ein bisschen auf Stabenbach, zeige ein bisschen was vom Hof. Mit dem schicken Pickup da. Ja, da wird dann auch mal Bilder bekommen auf Instagram. Ich denke mal, die einigen oder anderen haben es vielleicht schon gesehen. Da es auch schon ein bisschen was gibt von Stabenbach auf meinem, auf Instagram. Genau. Ja, also nochmal, halt herzlich, recht herzlichen Dank für die 3K auf Instagram. Natürlich darf man nicht von allen Personen vergessen, ohne die wäre jetzt hier nicht auf YouTube. Du bist nämlich der LS19, fahren wir 2.0, der Julian. Julian, ich denke mal, ich drüber schneide ich die Videos auf und mir auch gucken. Ja, such dir. Natürlich, du bist mein Mentor. Jetzt haben wir das Video schneide ich jetzt mal ohne die. Das war jetzt ein bisschen kurzfristig gemacht. Und dann auch kurz Schluss, dass jetzt einmal ein bisschen, ja, völlig Special oder so, wie man das auch nennen mag, gibt. Ja, also ich möchte es jetzt nicht so unendlich in die Länge ziehen. Jetzt fahren wir noch einmal kurz zu den Kühen hin. Und ich denke mal, dann wird da gut sein. Ja, also wie gesagt, natürlich, der Julian wird in weiteren Videos natürlich dabei sein. Ganz klarer Fall. Ähm, genau. So, jetzt haben wir auch gleich einen Stahl. Wie man sieht, habe ich zwei Stahlanlagen. Beziehungsweise sind wir drei. So, nehmen wir einen kleineren Stahl. Da haben wir jetzt mal die Kühe drin. Die können wir natürlich mal schön aussteigen und mal angucken. So, jetzt können wir ja hier mal die ganze und umleuchten können. Von dem Fickab, der ist ja nicht schon mega. Auf einmal schön, ne, und gucken wir mal ein bisschen. Genau. Also, bis jetzt mal mit den Kühen. Die Obstauber. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre natürlich für den Anfang auch ein Traum. Schaut auf alle Fälle mal beim Julian vorbei. Beim LS19 Farmer 2.0. Alles natürlich unter in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut, checkt auch mal unseren gemeinsamen Instagram Account ab. Das sind die Chlorine LS Farbe. Stehen wir auch, ja, nicht am Anfang. Aber, ja, könnte ein bisschen größer werden. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, nochmal gerne einen Daumen nach oben da. Abo würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.